Menschen, die ich liebe, willkommen zurück zum Lovebook. Heute mit Sascha, einem Jungen, der sich für ein Mädchen die Nase gebrochen hat. Die Geschichte kommt von meiner Mama, ich musste sie machen. Als sie sie mir erzählt hat, dachte ich, die ist fake. Aber die Geschichte ist wahr, dass es in der Schule passiert. Da war ein Mädchen, die saßen im Unterricht und hat plötzlich ihre Tage bekommen und hat ein Kleid an. Die Arme ist richtig stark ausgelaufen, man hat es richtig gesehen. Jetzt kommt Sascha, meine Mama hat mir erzählt, dass er in dieses Mädchen verliebt war. Und was er jetzt gemacht hat, als meine Mama das gesagt hat, ich habe gedacht, das war eine Lüge. Er hat sich auf die Nase geschlagen, dass er sich die Nase gebrochen hat und da Blut aus seiner Nase gekommen ist. Er hat zu dem Mädchen vor der ganzen Klasse gesagt, sorry, dass ich dich schmutzig gemacht habe mit Blut. Dass es ihr nicht unangenehm ist, dass sie ausgelaufen ist und sie irgendjemand auslacht. Die sind dann später auch zusammengekommen und hat sich auch so für sie geprügelt. Einmal bitte so geliebt werden zu mitnehmen. Vielen Dank.